Der Chilipop Slot Hi, hier ist Franke von den Casino News. Es gibt beim Chilipop Slot von Pets of Gaming einen außergewöhnlichen Kochwettbewerb in Mexiko. Zündet das Feuer an und schneidet das Gemüse, um eine Explosion des Geschmacks zu erzeugen. Dieses epische Kocherlebnis findet in einer historischen mexikanischen Stadt statt. Beobachtet, wie die besten Köche der Welt das klassische und traditionelle Salsa-Rezept mit ihren eigenen Ideen umsetzen. Der Chilipop Slot ist ein clusterbasierter, kaskadierender Slot. Unvermeidliche Zutaten für jede Salsa, wie Tomaten, Knoblauch, Zwiebel und einer scharfen Schilschotte, können leckere und gut bezahlte Cluster-Kombinationen gilden. Bebsoft führt einen geheimen Zutaten hinzu, die dazu beiträgt, durch die Erweiterung auf ein massives 8x8-Gitter einen maximalen Geschmack zu erzeugen. Es gibt ein Double-of-Future. Dieser erweiterte Kochbau wird zum Mittelpunkt der Freispiel-Funktion. Im Chilipop Slot können sich die Dinge sehr schnell aufheizen und für Freispiele und hohe Gewinne bringen. Musik Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.